ARD Text im Auftrag von Funk der hat ja A3 und ja, Link zum Livestream wieder mal in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns heute und zwar so 19 Uhr rum wollte ich anfangen, aber ohne Facecam, ohne irgendwelchen Chat-Einblendungen, ich möchte einfach nur ganz nochmal spielen, ihr seht mich nicht, ihr seht mir den Chat dann nicht im Spiel und so weiter, aber ich glaube, das passt schon, wobei den Chat kann ich eventuell einblenden, da müssen wir mal gucken, ob das überhaupt Sinn macht, weil das Spiel frisst so an Leistung, ich kann echt froh sein, dass ich das Spiel überhaupt spielen kann und streamen kann, von daher, aber ich hoffe, ihr seid alle dabei, gut, dann bis nachher, tschüssi!